Moin Moin! Was geht, was geht, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Laser-Video. Ich habe ja seit kurzem den Flux Laser, also ein CO2 Laser und immer, wenn man einen neuen Laser bekommt, sollte man einmal so einen Testdurchlauf starten, wie der Laser mit deinem Material so funktioniert. Für diese Testdurchläufe gibt es im Internet zuhauf sogenannte Laser-Testing-Material-Cards. Das sind so vordefinierte Dateien, wo der Laser einfach bestimmte Prozentzahlen und bestimmte Geschwindigkeiten automatisch abfährt und du dann nach wenigen Minuten dann hier so eine entsprechende Karte in der Hand hältst. Also, das hier ist zum Beispiel eine Karte, wo der Laser abgefahren ist für zum Ausschneiden und diese Karte hier ist eine sogenannte Gravurkarte. Da hat der Laser dann eben in verschiedenen Prozentzahlen einmal so ein Gravurfeld gemacht und anhand diesen beiden Mustern kann ich jetzt, wenn ich ein Projekt starte, mir relativ schnell anschauen, welche Werte ich brauche. Ich kann einen Kunden zum Beispiel auswählen lassen, welche Farbe oder welche Tiefe eine Gravur hat und ich kann anhand meines Schnittmusters erkennen, ob der Rand verbrannt ist oder ob die Teile durchfallen oder vielleicht sogar gerade so durchfallen. Da hier an dem Feld nicht alle durchgefallen sind und manche hängen sogar noch gerade so drinnen, kann ich sagen, okay, ich würde jetzt sehr wahrscheinlich dieses eine Feld hier nehmen, wo das Teil gerade so rausfällt, denn von hinten kann ich nämlich auch sehen, wie verbrannt die Rückseite ist und ich kann anhand diesen Karten einfach wahnsinnig viel ablesen. Wie du jetzt an solche Karten hier drankommst, das möchte ich dir in diesem Video hier heute verraten. Am Computer gebe ich bei Google einfach ein, Laserwerte ermitteln oder Laserparameter ermitteln und dann drücke ich Enter und automatisch wird mir im Google jede, jede Menge Vorlagen, Templates, wie auch immer man das nennen mag, angezeigt. Zu beachten ist aber bei diesen ganzen Templates, es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Templates und du musst einfach schauen, wenn du so ein Template runterlädst, ist deine Software für dieses Dateiformat geeignet. Kann dein Laser zum Beispiel EPS-Dateien, Vektorgrafiken, DXF-Formate oder irgendeine Adobe Illustrator-Datei öffnen, dann brauchst du nur eben immer schauen, welches Format hat die Datei. Das ist eigentlich das Einzige, worauf du achten musst, ob dein Programm, mit dem du arbeitest, diese Karte auch öffnen kann. Wenn das der Fall ist, importierst du die Grafik einfach, drückst ganz simpel auf Start und das war es dann halt auch schon. Ich habe ein bisschen Glück. Ich habe einen Flux, also einen Flux Beambox Pro und dieser Laser, der hat eine integrierte Wertetabelle und das schaue ich mir mit dir jetzt auch nochmal an. In der Software unter Datei und Beispiele finden sich viele, viele verschiedene Parameter-Testkarten. Ich wähle jetzt einfach mal die klassische Gravurkarte aus und schon ist das Ganze hier bereits implementiert. So sieht eine Testkarte aus. Auf dieser Testkarte befindet sich ein Schnittrahmen, obendrauf der Name und ganz viele verschiedene Parameter, und zwar Geschwindigkeit und Leistung. Wir sehen hier auf dieser Karte 24 verschiedene Parameter und wenn die Karte hier gelasert ist, das mache ich jetzt mal eben einmal Flux. Gerade mal Flux was lasern. Und dann halte ich auch schon quasi eine fertige Materialkarte in meinen Händen. So simpel ist das eigentlich. Also gar nicht kompliziert. Wie bereits erwähnt, gibt es in verschiedenen Ausführungen und anhand diesen Werten kann ich mich bei zukünftigen Projekten ein bisschen entlanghangeln. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen helfen, deinen Parametern ein bisschen näher zu kommen. Ich mag diese Laser-Karten. Ich mache die eigentlich schon immer für besondere Materialien, die ich gar nicht so oft habe. Und damit ich mich auch später noch daran erinnern kann, wie das vielleicht aussehen könnte. Material-Karts. Ich würde mich freuen, wenn du mir für dieses Video hier ein Abo dalassen würdest und auch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du Fragen hast zum Thema rund um den Laser, ich bin zwar kein allwissender Super-Guru, aber dennoch bin ich bereit, mich in verschiedene Materialien, ach, in verschiedene Dinge einzuarbeiten und dir vielleicht die Frage beantworten zu können. So, ich will mal weitermachen. Ich will noch ein paar Material-Karts lasern. Bis zum nächsten Video.